wir haben hier meine lieblings mit sehr schön ich bin bereit ja sagt weiter hier jetzt hier das meinte ist einfach ist jetzt mein geschütz ja war ja klar so ein dreck alter jetzt sagt er so einfach wir wissen von einem informanten das skywalker in eurem quadranten ist wir verlieren zu schnell anbooten wir müssen die stellung halten auch hier ja ja unser skywalker hier er hat den voll drauf schreit zu spät miss oh man es oh Ist besiegt. Wir übernehmen das Kommando über allen Kontrollbogen. Nicht. Dieser Kopfgeldjäger ist hier. Fett. Er wird uns helfen. Da ist er. Die Sniper. Boah, da sind so viele, ey. Puh. Oh, verdammt, ey. Wir haben einen Kontrollpunkt erobert. Scheiße, ey. Ja, Ron, nicht hier drinnen. Ey, ich werde verrückt. Wir verlieren gleich einen Kontrollpunkt an die Rebellen. Ah, wie erwischt. Du wirst mich nicht vernichten. Ja, ja, ich hab dich geschafft. Ey, du Ratte, das war mein. Ah, so ein Geschütz, ey. Naja. Oh, was ist denn hier los, Mann? Oh, Alter. Oh, scheiße, Mann. Lord Vader ist hier. Scheiße, ey. Na, woran ich denn hin? Mann, die kannst du auch verloben, ey. Ja. Ja, bin zu den Ehen, ja. du siehst du gar keinem auch manchmal setz sie weiter unter druck aber klar man konnte doch hier mal in das man bei leute einsteigen kann wir nehmen eroberung das ist alles voll alles voll unsere truppen haben ein kontrollpunkt erobert gute arbeit war ja klar von hinten die blase in den typen verteidigt diesen kontrollpunkt überlasst ihn nicht den rebellen das war der letzte kesselflug dieses unsäglichen spiel die 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 Wir übernehmen das Kommando über einen Kontrollpunkt. Die Rebellen besetzen einen Kontrollpunkt, wir müssen sie stoppen. Da hinten wo Chemisch ist, da steht der ey, oh man. Meine Fresse. Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Na echt? Wir haben einen Kontrollpunkt überlaufen. Ach man ey. Was ist das? 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 Das ist das? Das ist der Spannpunkt, ey. Ok. Das Rebellen hat jetzt durchgebrochen und hat einen Kontrollpunkt erobert. Haltet die Augen nach dem Schwugglerhahn Solo offen. Er wurde in der Nähe gesehen. Ja, 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 ja. Schau. Ach. Ach nee. Gleich verlieren wir einen Kontrollpunkt an die Rebellen. Oh, hey, hey. naja wie denn die scheißrunde noch ja hey Geil, das war's. Lol. 25, 25, super. Eieiei. Wir sehen uns in der nächsten Spitzung runter, haut da rein.